Hallo Rainer, jetzt zeige ich dir mal meine Wohnung. Bevor ich da irgendwie irgendwas anderes mache, zeige ich dir das mal ganz kurz. Bei mir gab es heute treulose Tomaten mit falschem Hochzeitsreis. Habe ich aber schon aufgegessen. Dann trinke ich jetzt mal einen Kaffee, so wie jeden Tag. Nein, ich habe gerade irgendwie, ich muss mir auch noch mal was überlegen. Aber es kommt ja mal auf die Perspektive drauf an. Ich habe jetzt hier, ich muss noch abwaschen. Mach das mal gerade, mach das mal gerade. Dann, naja, eigentlich habe ich das ja irgendwie alles schon gezeigt. Ich habe eigentlich, ach so, ja genau, bevor ich das vergesse. Ich hatte nämlich keine Lust auf, weil das ist ja immer so ein Kommentar, ja hier Brot und Wein und so. Ich hatte aber gar keine Lust auf Wein, deswegen habe ich dann Traubensaft geholt. Weil ich habe nämlich gestern irgendwie schon Alkohol getrunken und habe irgendwie heute überhaupt keine Lust. Naja, so, ich weiß noch nicht, vielleicht, ich habe ein paar Brötchen. Mache ich ja was mit Brötchen, mal sehen, mal gucken. Ich weiß das ja, wie das läuft, so im Internet, über die Kommentare und so. Und ja, von der Tröste dich kommt ja auch immer drauf an, mit wem man dann so schreibt. Ja, hier habe ich dann so mein, äh, mein kleines, äh, Bastel gedöhnt. Auch nichts weltbewegendes, äh. Ja, der Flur ist leider, der Baum ist ja leider weg. Das musste ich ja, da wurde ja irgendwie gegen gepisst, so. Leere Wand. Ja, dann, äh, ist hier mein Schlafzimmer. Äh, meinen, äh, Kleiderschrank habe ich noch nicht fertig. Ich habe, ähm, hier ist immer ein bisschen dunkel, das stimmt. Warte. Ich mache ich mal ganz kurz Licht. Sieht man was? Nicht so besonders viel, oder? Den habe ich, äh, noch nicht fertig. Nein, der wird auch nicht verkauft. Ich verkaufe nämlich gar nichts. So. Den muss ich nochmal richtig machen, irgendwie. Ich wollte dann nochmal so, äh, ja, so Schnickschnack dran machen, ein paar neue Schlösser innen drin einsetzen und so. Da hatte ich ja nie einen Schlüssel für. Der ist ja auch schon Asbach-Uralt. Ja, und ansonsten irgendwie, so ordentlich sieht es bei mir auch momentan nicht aus. Müsste ich mal irgendwie ändern. Äh. Hab aber auch momentan irgendwie nicht so Lust dazu. Ja, das, äh, soweit dazu. Ich weiß noch nicht, irgendwie. Ich dachte, ich, äh, mach das jetzt einfach mal so blöd, weil, äh, mir ist das Gesammel von anderen Leuten eigentlich auch ziemlich schnurzwurzpiepe und was du da machst oder nicht machst oder so. Ich, keine Ahnung, das war halt irgendwie, äh, so, dass, äh, ich irgendwie, äh, drauf aufmerksam wurde über andere YouTuber. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay. Ist halt so, wie es ist. Und, ähm, lass mir mal was einfallen. Aber das dauert dann eben halt noch ein bisschen. Bis dann. Tschö.